Hi, in diesem Video vergleiche ich für dich neun der derzeit besten Luftreiniger. Sie sind in drei Preisklassen unterteilt. Erstens Luftreiniger unter 100 Euro, zweitens Luftreiniger zwischen 100 und 200 Euro und drittens Luftreiniger über 200 Euro bis ca. max. 900 Euro. Keine Sorge, der teuerste ist in dem Fall ein Roboter. Nach jeder Kategorie bekommst du von mir eine Vergleichstabelle, auf der du die Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst. Alle vorgestellten Produkte und Angebote verlinke ich dir in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Lass uns mit den Luftreinigern unter 100 Euro starten. Nummer 1 ist der Trotec Ergoclean 11E. Dieser Luftreiniger stammt von dem deutschen Unternehmen Trotec und wurde mit einem fortschrittlichen 3-in-1-Raum-Luftfiltersystem ausgestattet, bestehend aus einem HEPA-Filter, Carbon-Filter und Darkron-Fort-Filter, das gründlich Partikel, Allergene wie Pollen, Tierhaare und Schimmelsporen sowie Feinstaub und chemische Ausdünstungen aus der Raumluft filtert. Der Ergoclean hat sich als besonders effektiv bei der Reduzierung von Allergenen erwiesen, die eine Vielzahl von Beschwerden verursachen können, von tränenden Augen und laufender Nase bis hin zu schweren Asthmaanfällen. Er schafft Räume bis 15 Quadratmeter und hat ein Reinigungsvolumen von bis zu 120 Kubikmeter Luft pro Stunde bei einer Lautstärke von 43 Dezibel. Dank der wartungsfreundlichen Konstruktion lassen sich die Filtersysteme schnell und unkompliziert wechseln. Der Luftreiniger hat eine intelligente Funktion zur Anpassung der Luftreinigungsintensität an die aktuelle Luftqualität, die über einen optischen Luftqualitätssensor erfasst wird. Dabei sorgt er dank der zylindrischen Form die Raumluft von allen Seiten und filtert sie im Inneren. Die gereinigte Luft wird dann wieder nach oben in den Raum abgegeben. Insgesamt ist der Trotec Ergoclean 11E ideal für Allergiker und Menschen, die sich eine saubere, gesunde und allergiefreie Atmosphäre in kleinen Räumen wünschen. Am günstigsten bekommst du das Modell gerade bei Trotec selbst. Das Angebot verlinke ich dir. Nummer 2 ist der Levoit Core 200S. Die Firma Levoit ist bekannt für hochwertige Luftreiniger und Luftbefeuchter. Dieses Modell ist ein gutes Gerät für Allergiker und Tierbesitzer. Mit seiner H13 HEPA Filtertechnologie entfernt es effektiv 99,97% aller Schadstoffe, einschließlich Pollen, Staub, Tierhaare und Gerüche. Er schafft bis zu 170 Kubikmeter Luft pro Stunde und ist geeignet für Räume bis 35 Quadratmeter. Die Vortex Air Technologie verspricht eine Reinigung in weniger als 30 Minuten, ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Raucherzimmer und Büros. Dank der V-Sync App kannst du das Gerät aus der Ferne steuern, Zeitpläne festlegen und die Lebensdauer der Filter überprüfen. Außerdem ist er mit Alexa und dem Google Assistant kompatibel, was die Bedienung noch einfacher macht. Ein weiterer Pluspunkt ist die QuietKeep Technologie, die für einen nahezu geräuschlosen Betrieb im Schlafmodus sorgt. Insgesamt ist der Levoit Core 200S ein smarter und bezahlbarer Luftreiniger für kleine bis mittelgroße Räume. Es gibt in dieser Reihe noch Modelle für 17, 40, 83 und 147 Quadratmeter große Räume, die du dir mit und ohne Smart Funktion holen kannst. Alle Geräte wurden bereits tausendfach verkauft und haben sich in den Haushalten bewiesen. Auch diese verlinke ich dir unter dem Video, ohne sie hier erneut detailliert vorzustellen. Nummer 3 ist der Luftreiniger bis 30 Quadratmeter von Amazon Basics. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Modell um ein Produkt, das direkt von Amazon stammt. Amazon Basics steht mit seinem Namen für Qualität und Zuverlässigkeit. Dieses Modell reinigt effektiv die Luft in Räumen bis zu 30 Quadratmeter und schafft bis zu 250 Kubikmeter Luft pro Stunde umzuwälzen. Durch die Kombination aus True HEPA und hocheffizientem Aktivkohlefilter werden 99,97% der Partikel wie Pollen, Allergene und Staub beseitigt. Mit seinem innovativen dreistufigen Filtersystem fängt er Tierhaare, Hautschuppen, Rauch, Schimmel, Gerüche und große Staubpartikel ab. Die Filterwechselerinnerung zeigt dir außerdem an, wann es Zeit für einen Wechsel ist, damit du immer die optimale Leistung erhältst. Auch das Modell erreicht im Schlafmodus nur 28 Dezibel. So kannst du den Luftreiniger auch nachts laufen lassen, ohne dass es deinen Schlaf großartig stört. Insgesamt ist der Amazon Basics Luftreiniger für kleine bis mittelgroße Räume geeignet. Es gibt in der Serie noch Modelle, die bis 12, 48 und 96 Quadratmeter geeignet sind. Die Produktseite verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Dort kannst du die verschiedenen Modelle auswählen. Hier siehst du die erste Vergleichstabelle mit den Luftreinigern unter 100 Euro. Pausiere an der Stelle gerne das Video, wenn du sie in Ruhe vergleichen möchtest. Kommen wir zu den Luftreinigern zwischen 100 und 200 Euro. Nummer 4 ist der Bosch Air 2000. Der Bosch Air 2000 ist seit Ende letzten Jahres auf dem Markt und einer der teuersten, aber auch einer der hochwertigsten Luftreiniger dieser Preisklasse. Mit einer Leistung von bis zu 180 Kubikmeter Luft pro Stunde ist er ideal für die Reinigung der Luft in Räumen bis zu 37,5 Quadratmeter. Der dreistufige Filter mit HEPA-13-Filter entfernt beeindruckende 99,9% aller Schadstoffe wie Pollen, Allergene, Rauchpartikel und Staub. Das macht ihn auch wieder ideal für Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen. Der Aktivkohlefilter neutralisiert Gerüche, während der Vorfilter gröbere Partikel wie Tierhaare entfernt. Das Gerät passt sich dank des Smart Sensors automatisch an die aktuellen Umgebungsfaktoren an. Im Automodus stellt der Luftreiniger seine Leistung kontinuierlich auf die Luftqualität und die Raumgröße ein. Zudem sorgt der Ruhemodus für einen ungestörten Schlaf. Dabei schalten sich die Lichter aus und der Geräuschpegel wird auf nur 25 Dezibel reduziert, sodass er noch kaum hörbar ist. Insgesamt ist der Bosch R2000 gut geeignet für Allergiker und Personen, die eine leise, leistungsstarke und einfach zu bedienende Lösung zur Luftreinigung in kleinen bis mittelgroßen Räumen suchen. In dieser Serie gibt es auch zwei größere Modelle bis 62,5 und 125 Quadratmeter Raumgrößen. Der Preis passt sich dementsprechend nach oben an. Die Modelle kannst du auf den verlinkten Produktseiten auswählen. Nummer 5 ist der Philips Series 2000. Das Philips Modell ist eines der beliebtesten Luftreiniger auf dem Markt. Er bietet eine gute Mischung aus Leistung und Energieeffizienz. Der dreilagige Nano Protect HEPA Filter entfernt effektiv 99,97% der Partikel, einschließlich Pollen, Staub, sowie Tierhaare und sogar Viren und Bakterien. Dabei deckt das Gerät eine Fläche von bis zu 79 Quadratmetern ab. Sensoren überwachen die Luftqualität in Echtzeit und passen die Einstellungen automatisch an. Aerosense ist ein präziser Sensor, der selbst Partikel erkennt, die kleiner als Feinstaub sind, einschließlich der gängigsten Allergene in Innenräumen. Der Philips Luftreiniger beherrscht drei automatische Reinigungsmodi. Der allgemeine Modus, einen besonders empfindlichen Allergiemodus und einen besonders leistungsstarken Modus, speziell für Bakterien und Viren. Mit drei Geschwindigkeitsstufen passt sich das Gerät optimal an deine individuellen Bedürfnisse an, während der Ultraleise Sleep Modus mit nur knapp 20 Dezibel für einen entspannten Schlaf sorgt. Ob bei Tag oder Nacht, dieser Luftreiniger arbeitet dank seines leisen Betriebsmodus immer ohne zu stören und liefert kontinuierlich saubere und frische Luft. Gegen einen Aufpreis von ca. 50 Euro bekommst du ihn mit App-Steuerung und fünf Geschwindigkeitsstufen. Das Modell kannst du bei Bedarf auch einfach auf der Produktseite auswählen. Zwei weitere Philips Modelle für Räume bis 135 und 158 Quadratmeter verlinke ich dir auch, falls das Vorgestellte zu schwach sein sollte und dir die Marke wichtig ist. Hier siehst du die zweite Vergleichstabelle mit den Luftreinigern zwischen 100 und 200 Euro. Pausiere auch hier gerne wieder das Video, falls du sie in Ruhe vergleichen möchtest. Das Modell ist seit Ende des letzten Jahres erhältlich und ist ein Effektivitätsgeheimtipp. Auf der höchsten Stufe 4 schafft das Gerät ein Reinigungsvolumen bis 1000 Kubikmeter Luft pro Stunde. Geeignet ist es dabei für Räume bis 120 Quadratmeter bzw. 300 Quadratmeter. Das mehrstufige Raumluftfiltersystem saugt die belastete Luftbodennah auf, reinigt sie durch die hocheffiziente HEPA-Filtertechnik und bläst sie dann nach oben zurück in den Raum. Hinzu kommt eine hilfreiche Filterwechselanzeige, die den Verschmutzungsstatus der Filter anzeigt. Das digitale Display informiert dich über die Anzahl der Partikel in der Raumluft und die Luftqualitätsanzeige gibt in drei Fahnen Auskunft über die aktuelle Raumluftqualität. Das digitale Bedienfeld und die Infrarotfernbedienung machen das Gerät benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Im Nachtmodus schaltet sich die LED-Anzeige aus und auf geringster Stufe erreicht es gerade mal einen Geräuschpegel von knapp 19 Dezibel. Somit kannst du das Gerät dank der integrierten Transportrollen und des geringen Gewichts abends einfach mit in dein Schlafzimmer nehmen und über Nacht laufen lassen. Insgesamt ist es mein Preis-Leistungstipp für mittlere bis große Räume von einem deutschen Unternehmen. Beim Hersteller bekommst du das Modell derzeit reduziert. Das Angebot verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Nummer 7 ist der Covey Air Mega 400S. Covey stellt seit 1994 Luftreinigungssysteme her und mit dem Modell bekommst du einen Hochleistungsluftreiniger, der sich durch seine Green-Hepa-Technologie auszeichnet. Mit seinem extrem starken Doppelsaugsystem und dem fortschrittlichen Max-to-Green-Filter zieht er verschmutzte Luft von beiden Seiten an und reinigt effizient eine Fläche von bis zu 126 Quadratmeter und schafft bis 677 Kubikmeter Luft pro Stunde. Der Filter entfernt bemerkenswert hohe 99,99% aller Partikel, einschließlich Viren, Aerosole, Allergene, Bakterien, Tierhaare, Staub, Schimmelpilze und Gerüche. Die flüchtigen organischen Verbindungen wie Ammoniak und Acetaldehyd werden ebenfalls wirkungsvoll aus der Umgebungsluft gefiltert. Die Bedienung des Geräts ist dank der App-Steuerung sehr leicht und sowohl mit Alexa als auch mit dem Google Assistant kompatibel. Über die App kannst du die Luftqualität überwachen, Timer einstellen und dich über anstehende Filterwechsel informieren lassen. Der Verschmutzungssensor ermöglicht eine Echtzeitüberwachung deiner Raumluftqualität, indem er vier unterschiedliche Qualitätsstufen in vier verschiedenen Farben darstellt. Dies gewährleistet, dass du jederzeit einen klaren Überblick über die Qualität der Raumluft hast. Insgesamt bekommst du mit dem Covei AirMega400S ein sehr starkes Gerät, das für sehr große Räume bestens geeignet ist. Es hat einen relativ hohen Anschaffungspreis, bei Amazon gibt es derzeit aber einen Rabattcode, mit dem du bei ungefähr 600 Euro landest. Auch das Angebot verlinke ich dir unter dem Video. Ohne WiFi-Funktion kannst du auch nochmal ca. 100 Euro sparen. Nummer 8 ist der Philips AMF 765-10. Es handelt sich um einen innovativen 2-in-1-Ventilator und Luftreiniger, der speziell für Allergiker entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem leistungsstarken HEPA-Filter entfernt dieses Gerät beeindruckende 99,97% aller Partikel aus der Luft, einschließlich Pollen, Staub, Tierhaare und Hausstaubmilben. Es ist ideal für die Allergiesaison und hilft, deine Raumluft sauber und erfrischend zu halten, während es dich bei heißen Temperaturen kühl hält. Außerdem ist das Gerät leise und stört weder deinen Schlaf noch deine täglichen Aktivitäten. Im Schlafmodus erreicht es auch gerade mal einen Geräuschpegel von bis ca. 20 Dezibel. Die Aerosense Sensoren überwachen kontinuierlich die Luftqualität in deinem Raum und liefern Echtzeit-Feedback, das du mit der R-App Plus App von Philips verfolgen kannst. Außerdem lässt er sich ganz bequem mit der Fernbedienung, dem Google Assistant und Alexa steuern. Darüber hinaus optimiert die künstliche Intelligenz des Geräts selbstständig die Leistung und sorgt bei Bedarf für eine optimale Luftreinigung und Kühlung. Er lernt, analysiert und optimiert seine Leistung auf der Grundlage deines Nutzungsverhaltens und externer Daten. Diese Personalisierungsmöglichkeit und Kontrolle ist bei Luftreinigern bis jetzt nur sehr selten zu finden. Insgesamt schafft der Hybrid-Luftreiniger bis zu 70 Quadratmetern Raumfläche. Für ca. 400 Euro ist der Anschaffungspreis relativ hoch und wenn es dir rein um die Luftreinigung geht, sind die anderen Modelle in dem Bereich deutlich stärker. Dafür bekommst du natürlich hier die Innovation mit dem Ventilator. Auf der verlinkten Produktseite kannst du sogar ein Modell wählen, das neben der Luftreinigung und Kühlung auch eine Heizfunktion hat zum selben Preis. Die Kombination ist sicher für den ein oder anderen auch interessant. Nummer 9 und der letzte Luftreiniger im Vergleich ist der Ecovacs Airbot Z1. Ecovacs ist ein führender Anbieter von Haushaltsrobotern und ja, es gibt jetzt auch Luftreinigerroboter. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Luftreinigungssystem ermöglicht er dauerhaft saubere und frische Luft an seinen Einsatzorten. Dank seiner KI-gesteuerten Mobilität kann er selbstständig durch dein Zuhause navigieren, um effizient und gezielt zu reinigen. Der Airbot schafft bis zu 600 Kubikmeter Luft pro Stunde. Die UV-Entkeimung ist zudem ideal gegen Allergien und bekämpft Bakterien mit hoher Effizienz. So können beispielsweise Allergiker die Luftreinheit in ihrem Zuhause spürbar verbessern. Darüber hinaus hat er eine integrierte Starlight HD-Kamera, mit der du dein Zuhause aus der Ferne überwachen kannst. Über die verbauten Bluetooth-Lautsprecher kann er sogar Musik via Bluetooth spielen lassen und die sechs verbauten Mikrofone ermöglichen Videoanrufe. Die spezielle AV3D und 3D-Mapping-Technologie ermöglicht es dem Roboter, 3D-Karten des Einsatzortes zu erstellen und Hindernissen geschickt auszuweichen. So kann er selbstständig fast jeden Winkel deines Zuhauses erreichen und die Luftqualität verbessern. Steuern kannst du ihn auch per Stimme via hauseigenen Jaiko Sprachsteuerung und Alexa. Auch er hat einen Sensor verbaut, die dir Echtzeitmessungen des Feinstaubsgehalts, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit liefert. Das ganze Verfahren wurde vom TÜV Rheinland geprüft und zertifiziert. Das heißt, dass deine Privatsphäre nach Datenschutzgesetz geschützt ist. Optional kannst du die Module für die Luftbefeuchtung und Lufterfrischung dazuholen. Bei Amazon gibt es den AirBot Z1 gerade stark im Angebot. Auch das verlinke ich dir unter dem Video. Hier siehst du die letzte Vergleichstabelle mit den Luftreinigern über 200 Euro. Pausiere auch hier gerne ein letztes Mal das Video, wenn du die Modelle in Ruhe vergleichen möchtest. Wenn ich dir eine Übersicht über die Produkte geben konnte, freue ich mich über ein Feedback von dir. Wenn du bereits Erfahrung mit einem der Modelle hast, schreibe es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Sommer mit deinem neuen Luftreiniger. Wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute.